Hallo Leute, heute mache ich ein neues Video für meinen YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie man Among Us mit verschiedenen Spielmodus spielt. Also, eine Sache, ich fahre mal voraus hinweg. Das funktioniert nur auf Geräten, wo es Playstore zur Verfügung gibt. Zum Beispiel bei meinem Samsung gehe ich auf den Playstore und so suchen. Ähm, da müsst ihr SEK, warte ich hab's nicht, ja hier, scale.net, Serverswitcher installieren. Und ein bisschen warten, bis das fertig installiert ist. Und dann raus aus dem Playstore und auf die App. Also, ihr geht raus auf den Playstore, drückt auf scale.net, auf Zulassen. So, ganz wichtig, was ihr jetzt macht, ihr drückt auf Play. Aber, ähm, eine Info voraus, wenn ihr das auch mit scale.net spielt möchtet, müsst ihr Among Us raus machen, also nur so, nicht löchtern, dann so raus machen, auf scale.net. Play, weil sonst funktioniert's nicht. Guck, wenn ich auf Play drücke, komme ich rein. Manchmal muss man sich noch so einen kleinen Werbespot anschauen. Und unten links steht kein Nordamerika, in die unten rechts steht kein Nordamerika mehr, sondern scale.net, wenn ich auf find game schicke. Ähm, hier, Standard Crazy Callist. Okay, das war's mit dem Video. Tschüss. Tschüss.